Friedrich von Schleswig-Holstein Vollständiger Name Friedrich Christian August von Schleswig-Holstein Sonderburg Augustenburg war ein deutsch-dänischer Prinz aus dem Haus Oldenburg und machte 1863 vierundsechzigste Erpansprüche in Schleswig und Holstein geltend. Wurde vom Deutschen Bund und in den Herzogtümern selbst anerkannt, jedoch von keinem der tatsächlichen Souveräne, den Kronen Dänemark, Österreich und Preußen. Leben Friedrich war der älteste Sohn von Herzog Christian August und seiner Cousine der dänischen Gräfin Luise Sophie, Tochter des Grafen Christian Konrad Sophos von Danes Gjold Samse, Enkel väterlicherseits von Herzog Friedrich Christian II. und Prinzessin Luise Auguste von Dänemark. Prinz Friedrich nahm zusammen mit seinem jüngeren Bruder Prinz Christian Kall auf deutscher Seite am 1. Schleswig-Holsteinischen Krieg teil. Nach der Thronbesteigung des dänischen Königs Christian IX. Entsprechend den Festlegungen des Londoner Protokolls im Jahr 1863 erhob Friedrich Erpansprüche auf die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Da sein Vater gegen eine Abfindung von 2,25 Millionen Talern für sich und seine Familie darauf verzichtet hatte, Den dänischen Beschlüssen zur Erbfolge entgegenzutreten, war der Anspruch Friedrichs mindestens fraglich. Er konnte sich aber auf große Teile der öffentlichen Meinung stützen. Am 19. November 1863 erklärte er seinen Regierungsantritt als Herzog Friedrich VIII. von Schleswig-Holstein und wurde am 30. Dezember als Landesherr bei der Herzogtümer ausgerufen. Da zwar Holstein und Launburg im Zuge der Bundesexekution Ende 1863 von den dänischen Truppen geräumt worden waren, nicht jedoch Schleswig, war die Ausrufung in diesem Lande steil von vornherein wirkungslos. Österreich und Preußen fühlten sich aber an das Londoner Protokoll von 1852 gebunden und verlangten vom Deutschen Bund die Ausweisung Friedrichs, dem das Protokoll die Regierung nicht zugestand, aus Schleswig-Holstein. Der Bund lehnte dies ab. Nach einem zweitägigen Ultimatum kam es zum deutsch-dänischen Krieg, den die preußisch-österreichischen Truppen gewannen. Im Wiener Frieden musste der bis dahin international allgemein anerkannte Landesherr, der dänische König Christian IX. Sowohl das Herzogtum Schleswig, welches ein dänisches Lehen war, als auch die Herzogtümer Holstein und Launburg. Die bereits seit 1815 Bundesstaaten des Deutschen Bundes waren an Preußen und Österreich als Kondominium abtreten. Während Österreich nach erheblichem Zögern willens war, seine Rechte an Friedrich abzutreten und so einen neuen deutschen Mittelstaat zu schaffen, war Preußen dazu nur unter Bedingungen bereit, Abtretung kleiner Gebiete an beiden Mündungen des auf preußische Kosten zu Bauenden Nord-Ostsee-Kanals, Einrichtung eines preußischen Kriegshafens in Friedrichsort an der Kieler Förde, Eingliederung der schleswig-holsteinischen Truppen in die preußische Armee durch Militärkonvention, politisches Bündnis beider Staaten, oder Übernahme der preußischen Kriegskosten, was von vornherein illusorisch war. Da Friedrich diese Bedingung ablehnte, verfolgte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck diese Planungen nicht weiter. Die Herzogtümer Schleswig und Holstein wurden schließlich 1867 entgegen dem Wunsch der deutschgesinnten Schleswig-Holsteiner als Provinz dem Königreich Preußen angegliedert. Nach seinem Rücktritt begab sich Herzog Friedrich als Privatmann nach Gotha zurück und starb am 14. Januar 1880 in Wiesbaden. Ehe und Nachkommen Am 11. September 1856 heiratete Friedrich in Langenburg Prinzessin Adelheid zu Hohenlohe Langenburg, zweite Tochter des Fürsten Ernsti und seiner Frau Prinzessin Feodora zu Leiningen. Durch ihre Mutter war sie die Nichte der britischen Königin Viktoria. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor. Friedrich Wilhelm Victor Karl Ernst Christian August Auguste Victoria Friederike Luise Feodora Jenny Lemniskarte 1881 Prinz Wilhelm von Preußen, nachmals deutscher Kaiser und König von Preußen Viktoria Friederike Augusta Maria Caroline Mathilde Lemniskarte Herzog Friedrich Ferdinand von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-Friedrich-Viktor-Leopold-Christian-Gerhardt Ernst Günther Lemniskarte Prinzessin Dorothea Maria Henriette Auguste Luise von Sachsen-Koburg und Gotha Luise Sophie Adelheid Henriette Amalie Lemniskarte 1889 Prinz Friedrich Leopold von Preußen Feodora Adelheid Helene Luise Caroline Pauline Alice Jenny Unverheiratet Bei einem Verwandtenbesuch bei ihrer Großtante, Königin Viktoria, lernte Friedrichs Tochter Auguste Viktoria ihren Cousin, den preußischen Prinzen und späteren Kaiser Wilhelm II. Auf Schloss Windsor kennen. An einer Verbindung, die zunächst als nicht standesgemäß galt, waren mehrere Parteien interessiert. Der geprellte Herzog Friedrich, Königin Viktoria und ihre Tochter Kronprinzessin Viktoria von Großbritannien und Irland, so auch Otto von Bismarck, der wenig von ausländischen Prinzessinnen hielt und die Heirat als Wiedergutmachung als den freudigen Schlussakt eines konfliktreichen Dramas sah. Die Heirat fand am 27. Februar 1881 in Berlin statt. Ehrung Dem Schwiegervater Kaiser Wilhelms II. wurde im Jahre 1900 in Kiel-Düsternbruck ein Denkmal gesetzt. Auf einer Terrassenanlage umgeben von einer Exidre steht das Standbild auf einem einfachen Granitsockel, der nach oben mit einem Gesinns abschließt. Einzelreferenzen Ferdinand Struppel von Ravelsberg Metternich und seine Zeit 1773 bis 1859 BD 2 Stern Wien, Leipzig 1907 OCLC 7.091.486 S. 232. Ludwig Reiners Bismarck gründet das Reich C. H. Beck, München 1957 und öfter ISBN 3-423-015748S Sternchen 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 Ungültig 1957 und öfter ISBN Österreichischer Stadthalter und preußischer Gouverneur bzw. Kaiserin Auguste Viktoria Kaiserin Auguste Arbeitssthal N Щ 나누서